Servus YYT bei eurem SDEV, ich begrüße euch hier in Black Ops 3. Wir spielen Herrschaft und das Game In-Game heißt Wildes Einsatzschild Gewusel. Ja wo ist das Einsatzschild in Black Ops 3? Könnt ihr mal gerne die Spielehersteller fragen, wo das Ding ist, ne? Ist mir scheißegal. Ich rock jetzt hier die Bude und wir nennen das Spiel Wildes Einsatzschild Gewusel. Ihr kennt es von ME3. Da sind wir ganz entspannt mit Eindertschild bewaffnet und Granate bewaffnet in die Flaggen reingerannt, weil wir Herrschaft spielen und ja, kurz in Regeln. Ihr habt jetzt hier Fäuste, ihr habt Rauchgranaten, ihr habt die Splittergranaten und ihr habt den Reiniger. Ihr müsst im Flaggeneinnahmeradius die Bude rocken und ihr habt glaube ich... Alter wer hat die Idee gehabt mit der Rauchgranate? Alter Schwede. Ihr müsst, ihr dürft nur im Einahmeradius der Flagge rumrulen und euch gegenseitig die Köpfe einhauen. Ja, außerhalb wie gesagt, feindliche, feindliche Fußstapfen Richtung A? Alter, 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 mach' nichts, mach' nichts. Was macht'n der?! Hallo Mr. Gamefreak. Alles da bei dir? Schön verreckt. Ja, erstmal hallo Menschen im TeamSpeak. Hallo, 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 hallo. Also, ihr müsst echt sehen, wie, wie diszipliniert es gerade ablief. Ich habe gesagt, am Anfang erkläre ich die Regeln, dann ein bisschen so, ein bisschen liebst hier commuted sein mit dem Mund und so. Hat übelst gut geklappt. Also Leute, dann müsst ihr euch mal, könnt ihr euch mal in so machen, in so Team-Vogu. Au, hallo, keine Nackenschelle außerhalb des Klagen-Radios. Zack, zack, uh, uh, au, au. Schnell, seh, anecht, die ganze Vergeschen. Ne, das ist dann durch. So Leute, ohne die Rauchgranate, jetzt mit Dieb übelst krassen Granaten und Hand und so. Keine Rauchgranate mehr. Genau, keine Rauchgranate mehr. Das ist doch ein bisschen ungeil, weil man das sieht man einfach gar nicht mehr und rennt voll im Gewusel rum und ist einfach nur völlig orientierungslos. So Leute, wie steht's denn hier? Alter. Das gibt Nackenschelle, ohne Witz. Man braucht drei Schläge, oder? Kann das? Ja. Uiuiuiui, uiuiui. Scheiße. Ja klar, darfst du von den Flaggen-Radius C nach B oder sowas werfen. Darfst du machen? Machen wir und gleich mal. Ey, aber nicht zu weit, Leute. Wie kennt das hier? Das geht doch nicht ganz so gut, ne? Mit dem rüberwerfen. Das sind schwierig, glaub ich. Ja, die fliegen nicht allzu weit. Ach, man hat mehr Leben als noch mal. Ja, 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 man hat was, du hast schon ein bisschen mehr, weil, ich war mir sicher, das gibt ja viele Explosionen. Oh, Vorsicht, kein Rauchgranate mehr, Leute. Hey, hier nicht, doch nicht so rum. Uiuiui. Kein Problem. Es gibt eine Nackenschelle mehr für dich. Alter, das blockiert auch das ganze Radar, das ist schon cool, ne? Zack, Alter. Und einer hat einen Reiniger von uns, sehr geil. Sehr geil, Leute. Passt, passt gut auf B, auf. Und C auch. Okay, Alter Schwede. Alter Schwede, ist das cool. Ist das cool. Ja, Leute, wir brauchen kein Schil, wir sind auch so geil. Seht ihr das? Auch. Oh, haben wir jetzt echt alles eingenommen? Das klingt. Das ist schön. Oh, 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 oh. Weil ich sehe, einer von unseren Brutzer, das ist sehr gut. Ander sind wir schlecht, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Na, man kann man dann zurückwerfen, wenn sie nach draußen dringen. Na klar, kannst du alles machen? Na, wenn man nicht drin ist, dann steht da drauf. Keine Rauchgranate mehr, Leute. hallo das ist schon ein reiniger jetzt also du hast jetzt auch du hast eine chance gegen die reiniger weil das mehr hp könnte zum vorteil sein aber man weiß es ich komme ich komme ich rasiere und immer gedreht sehr geil habe ich immer getötet alter schwede das rockt hier die bude wir haben wir den 69 74 leute da geht noch was eine granaten herr von und zu da den ich korte beobachte halten sie ich bin an die regeln ja du herr von und sal salzog ihr böse menschen wenn man innerhalb ist genau man darf ohne so und keine rauchgranaten mehr richtig hast du hast du erfasst hast du richtig erfasst nur die übelsten kneipenschläge ein brutzler bei b vorsicht leute da bin ich im phoenix gaming auch schöne schelle oder ja klar ja sauber deine hand spiele ich gerne in meiner flutze kann ich ja lukas ist ja sobald du ein reiniger hast bei gut platziert bei b oder c oder sowas dann bist du gut mit dabei ich habe auch die flaggen einnahme ein bisschen reduziert ist und hat die erste runde haben verloren leide 88 zu 100 aber da geht noch was da geht noch was alter schwede splittergranate juge das ist mies so jetzt die mit der faust gottes geht es jetzt in die zweite runde ladies ich habe gesehen wie es wie es wie es funktionieren kann und jetzt aber ich auch zacki zacki ja mein handy ist über brading das lassen wir dabei dass man definitiv dabei wo sie nicht kommt gut ob man ja als glaubt das ja wohl zwar nicht so wie brauchst du hast ja beiden reine geläute bald bei uns richtung bald könnt ihr euch gegrillt fühlen meine namen hinter den knacken tot und überrand keine ich meine genau leute please please don't don't los das Alter, das ist ja wies. Wow, 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 der Brutzel ändert, der Brutzel ändert. Alter, Phoenix Gaming, dein Ernst. Alter Schwede. Der war doch gar nicht links drin, oder? Ich weiß es nicht. Doch, ich bin über euch gewesen. Okay. Na gut, das hast du nochmal Glück gehabt. Hast du nochmal Glück gehabt? Also ihr seht schon, weil man hier einen Reiniger gut platziert. Gutes Reiniger-Placement. Weißt du, dann... Ich weiß, was machen wir da unten und verstecken mich hier ein bisschen fest. Kriege ich ja was. Affe mit Waffe, das habe ich gesehen. Das ist einer bei uns auf A. Was auf A? Was? So, kommen wir jetzt nochmal aus. Leute, das ist ganz gut. 117 zu 120. Wir haben sie bald. Oh, 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 oh. Tod. Also die Granaden fliegen echt richtig krass, ey. Cross the map. So Leute, jetzt guckt mal, guckt mal genau, wie ich jetzt mache. Übers gut. Putz du die jetzt mal weg, Leute. Ne, oh, ich mache mich gerade aus. Schön, 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 schön. Dam, 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 dam. Was ist C, Leute? Was ist da los? Marken. Oh no! Der hat einen Brutzler. Alter, was war das denn jetzt gerade? Ah, wo bist du? Ach da. Schön. Zack, zack. Jawohl. Hey, ich hab den Brutzler. Oh mein Gott. Brutzler ist okay, ne? So, wo sind wir? Bei B? Wir haben verloren. Ich hab ja doch gerade alle weggeholt. Ne, keine Smokes. Ach du Scheiß. Ja, Mann. Wow. Wow, ach mal raus. So. Wieder rein. Miese Taktik, miese Taktik. Miese Taktik. Miese Taktik. Komm rein, lass mich rein, lass mich rein. Oh, verdammt. Hätte dann gut. Ja, von der Kanate, Kanate. Haben wir das jetzt nicht geschafft mit B? Boah, Leute, ich bin fast gleich. 148, 146, Leute. Einer gönnt A. Ja, ja. Ich mach mich ja schon auf den Weg. So, alles gut. Komm, den hast du. Hast du den? Ähm, ich bin... Au, scheiße. Gangbang hier oder was? Ab, da kommst du zum Merd. Hier musst du drauf. Ihr wirst von den Granaten nicht gekehlt. Guck hinter dir. Oh, wer brutzelt da? Ist das Team Brutzler? Wow, wow. Ich brenne, ich brenne. Au, nie. Ja, zwei. Lukas ist wieder tot. Ha. Wuh. Komm, B, Deffen. Oh, oh. Leute, Leute, Leute. Wir sind in der Führung, wir sind in der Führung. Bleibt so, bleibt so. Halte die Stellung. Oh, oh. Oh, Granate. Nein. Nein. Kneipenschlägerei verliere ich. Verdammt. Ja, da kann so sein. Kommt wieder rein. Schwierig, keine Ahnung. Leute, B, Leute. Beide, 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 Beide. Komm hin. Reiniger, Ha. Was? Da, across the map, die Nate, von C. Ja, Mann. Lukas wieder dead? Super. Kommt schon, kommt schon, Lukas. Auf sieben, nice. Sieben mich auch in der Führungsschlange. Da ist einer auf dem Tor. Da gab es für Lörg's die Nackenschelle, aber es hat dann doch nicht geholfen. Ich bin auch gestorben. Verdammt. Ihr müsst hier richtig abfackeln, weil das nicht viel hilft. Ja. Nur anfange hilft nicht. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Lass mich in Ruhe. Sterbt. Ja, Hitmark. Noch einen rein, ne P.P. Noch in die Kanade rein. Oh, fuck, die haben alles. Oh, oh, oh. Jetzt wird's nochmal knapp. Oh, ladies. Go, 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 go. Ja, dann wär das auch nice. Hat. Okay, ja. Kein mit reinigen. Loll, was war das denn? Noxy. Äh, keine Ahnung. Ich hab dich mit deinem Nate abgeworfen. Nein. Ja. Nein. Ja, nein. Wir haben B. Das wird was. Piep, piep. Hier, zusammen. Zusammenschlagen. Ja, machen wir, oder? Ja. Ja. Schön tot. Ich hab nochmal die Flamme. Ja, dann geh rein auf B. Ja. Halt. Schnell, Alter. Rein. Mach an den Brutzler. Oh, Gott. Los, irgendwas machen wir. Wir haben die Position. Wir haben B. Au. Na toll. Ich bin Teamkill-Wemmys. Das wird was, das wird was. Wir all winning. Und 8, 9. Leute, Leute, Leute. Knappes Ding, ihr habt das gemacht. Und das ist der letzte Kill. Sauber. Hast mal irgendwo hingespreadt, wer ist der Hauptsache es geknallt. Habt ihr was brennt? Alter, Schwede. Bist du nie, René? Ja, Mann. Damn. This is how I am. Gut. Danke fürs Zuschauen. Bis hierhin. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen kleinen süßen Daumen nach oben. Und wenn nicht, dann rube die Katz. Bis zum nächsten Mal. Euer Stift Pili. Haut's da rein. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.